Ich nehme da Bezug auf eine Veröffentlichung hier beim Wochenblick. Ja, das ist eigentlich schon ungeheuerlich, was die da veröffentlicht haben mit dem Titel EU-Expertin. Ab Juni 2018 beginnt die nächste Masseneinwanderung. Ja, und ich will da kurz daraus zitieren. Ihr habt den Link, den findet ihr da. Gleich unterhalb der Abbildung. Die Ex-Journalistin der führenden österreichischen Nachrichtenagentur APA und Mitarbeiterin des Bundeskanzleramts, Magister Cornelia Kirchweger, sorgte bereits im gesamten deutschen Sprachraum für Aufsehen mit ihren Wochenblickartikeln zu den Themen EU, Migration und Asyl, erreicht sie bisher hunderttausende Leser. Jetzt sorgt die Insiderin, die einst an führender Stelle für den EU-Beitritt Österreichs warb, erneut für Aufsehen. Am 23. März wird sie in Linz auf Wochenblick Einladung zu den neuesten EU-Plänen zur Massenmigration auspacken. Neben Kirchweger, so zitiere ich weiter, sprechen unter anderem auch der Delegationsleiter im EU-Parlament und FPÖ-Generalsekretär Harald Wilmsky, sowie der Krone, Kolumnist, Bestsellerauto und Rechtsanwalt Tassilo Valentin jetzt rechtzeitig Karten sichern, schreiben sie da. Also die werben natürlich auch für diese Veranstaltung und so weiter. Der EU-Gipfel zum kommenden Asylansturm in einem Wochenblickartikel von Januar warnte die Expertin bereits eindringlich die EU. Rüstet sich für die nächste Migrationswelle explizit? Um diesen Fall ging es beim vergangenen EU-Gipfel, nämlich vor allem um die Durchsetzung von Flüchtlingszwangsquoten und die Optimierung und Vergemeinschaftung der Abwicklung eines neuen Flüchtlingsstroms. Kirchwegers Prognose hat es in sich, um die Länder an den EU-Außengrenzen künftig zu entlasten, will man die ohnehin nicht eingehaltene Dublin-Regel neu überdenken. Denn bisher ist ein Asylansuchen in jenem Land zu stellen, das zuerst betreten wurde. Gilt das nicht mehr? Sind Zwangsquoten zur Verteilung der bereits in der EU lebenden und künftig erwarteten Migranten unumgänglich? Bis Juni 2018 soll das neue Asylpaket stehen. Und auch darunter sieht man eine Abbildung eben eines solchen Lagers. Details sickern nur langsam nach außen. Inzwischen sind erste Details zur Überarbeitung der Dublin-Regelungen ans Licht der Öffentlichkeit gedrungen. Dennoch sollen Asylbewerber, so zitiere ich, offenbar zukünftig auch in den Ländern, in denen sie sogenannte Ankerpersonen kennen, ihren Antrag stellen können. Besonders brisant, bei diesen Ankerpersonen handelt es sich in erster Linie um nicht definierte, um nicht näher definierte Angehörige der Asylbewerber. Illegale Einwanderung legalisiert, fragte der Artikel. Im Klartext läuft dies wohl auf eine weitreichende Legalisierung der bisher illegalen Masseneinwanderung nach Europa hinaus, warnt Kirchweger. Wir werden die Migration niemals stoppen können. Sie ist unsere neue Realität, betonte bereits EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. Noch schlimmer als im Asyljahr 2015, wir erinnern uns, da war dieses Bilderberger-Meeting in Telfs, Tirol. Und danach wurden die Asylbewerber durch Österreich geschleppt. Die hochrangige ehemalige Mitarbeiterin des Bundeskanzleramts, die auch die EU-Beitrittskampagne für Österreich koordinierte, betont, da das neue Dublin-System bis Juni 2018 steht, oder stehen soll, wird ab diesem Zeitraum mit einer neuen Einwanderungswelle zu rechnen sein. Dies könnte das Ausmaß des Asylansturms von 2015 rein zahlenmäßig sogar noch deutlich überragen. Am 23. März wird Kirchweger in Linz die konkreten Hintergründe des im verborgenen entwickelnden EU-Plans erklären. Top-Insiderin Kirchweger, so ist der letzte Absatz. Cornelia Kirchweger war jahrelang mitten im System. Sie arbeitete für die Austria Press Agentur, also APA, und war etwa Korrespondentin für internationale Nachrichtensendungen wie BBC und CBS. Als politische Mitarbeiterin koordinierte sie die Kampagne zum EU-Beitritt Österreichs zwischen den zuständigen Agenturen und dem Kabinett des Bundeskanzlers unter Franz Branitzki. Später war sie Leiterin des EU-Referats am Bundespressedienst. Und heute hat die Top-Journalistin genug von den Lügen und berichtet für den Wochenblick ohne Maulkorb über die politisch korrekte Welt der Medien. Ja, ich dachte, das lese ich mal ganz vor. Wäre ja schön, wenn das so ist. Aber wir dürfen auch da immer etwas vorsichtig sein. Aber letztendlich kann ich das nur bestätigen, was sie sagt, weil es knüpft an an das, was wir ja schon längst wissen, nämlich vom 7. bis 10. Juni 2018 findet das nächste große Bilderberger-Meeting statt. In Turin, in Italien, Oberitalien, werden die Schleusentore für die Migranten ganz geöffnet. Und war hier auch schon der Titel. Und es gibt ja diesen Geheimplan. Viele, viele Millionen. Ob es 100 Millionen sind, das kann man nicht genau sagen. Aber auch 99 werden schon zu viel. Okay. Also wir wissen, dass das stattfindet. Und in der Regel, wie 2015 ja auch schon gesehen, werden dann die Schleusentore geöffnet. Also so wie wir es ja auch schon vorher gesagt haben, werden die Schleusentore gen Afrika und dem Nahen Osten via Italien geöffnet. Und ganz Europa wie in einer großen Sturmflut von den Millionen angeworbenen und fürstlich entlohnten Migranten erobert werden. Ja, also, ja, muss man schlucken. Ja, also, ja. Untertitelung des ZDF, 2020